Wir stehen hier in Halle 1.2. Die Halle 1.2 befasst sich mit dem Thema Tuning. Neben mir steht Bodo Buschmann, Chef von der Firma Brabus. Die Firma Brabus beschäftigt sich hauptsächlich mit Mercedes-Tuning. Hinter uns ist ein besonderer Mercedes. Herr Buschmann, was ist das für ein Mercedes? Das ist unser neuer Brabus Bullitt. Ein super Car auf Basis der neuen Mercedes-Benz C-Klasse. Das wir hier in Frankfurt in einer Weltpremiere vorstellen. Ein Fahrzeug, das natürlich über die Leistungsdaten glänzt. Wir sind in 106 Ländern dieser Welt vertreten und freuen uns über den Zuspruch dieses Autos. Jetzt habe ich gerade schon einen Blick auf dieses Auto geworfen. Und wir sehen auch gleich, wenn der Motor hier sich vorbeidreht, es ist ein ganz besonderer Motor. Ein 12 Zylinder in einer C-Klasse.